Und jetzt ist die Visitenkarte von Orenburg. Ich heiße Ruslan. Meine Lehrerin ist LK. Ich bin 14 Jahre alt. Ich komme aus Sagmara, aber lerne in Orenburg. Mein Hobby ist Fußball. Ich bin freundlich. Meine Freunde wohnen in Orenburg und in Sagmara. Wir sind sportlich und lustig. Danke schön, Sagmara. Ich heiße Ruslan. Ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus Orenburg. Mein Hobby ist Volleyball. Ich habe viele Freunde. Ich lerne gut und gern. Das macht mir Spaß und Freude. Ich bin fleißig, ordentlich und hilfsbereit. Vielen Dank, Ruslan. Michaelisenpöter, ich bin 14 Jahre alt. Ich komme aus Murm, aber lerne in Orenburg. Ich bin sehr klug und ihr soll auch so sein. Ja, wir werden auch klug sein. Dankeschön. Ich heiße Nikita. Ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus Orenburg. Ich bin sehr ernst, klug, nett, lustig, ordentlich und wissbegierig. Ich interessiere mich vor Fußball und spiele Gitarre. Dankeschön, Nikita. Vielleicht spielst du uns einmal Gitarre. Dima, ich bin 13 Jahre alt. Ich bin der Schüler der siebenten Klasse der Orenburg-Präsidenten-Kadettenschule. Ich treibe Sport. Meine Müttersprache ist Russisch. Englisch und Deutsch sind meine Fremdsprachen. Dankeschön, Dima. Ich heiße Belka. Ich bin 20 Jahre alt. Ich knacke Nüsse gern. Ich mit Freunden sammle ich die Nüsse. Einen Sonntag erholte ich mich im Wald mit anderen Tieren. Dankeschön, Belka. Ich bin 40. Ich bin der Kadett. Ich treibe Sport. Ich interessiere mich für Ringen. Wow, welche Hobbies hast du? Ich heiße Belka. Ich bin 38 Jahre alt. Mein Hobby ist Rennen. Ich sorge für Rentner. Ich bin lustig. Ich möchte in der Oper singen. Ich mag den Morgen. Ich interessiere mich für klassische Musik. Mein Vorbild ist Mozart. Ich komme aus dem Dorf. Dankeschön, Benly. Vielleicht singst du uns einmal Opa. Kaisi Grün. LKA ist meine Lehrerin. Ich bin 13 Jahre alt. Mein Hobby ist Fußball. Ich liebe Malen. Ich bin der Schüler der Regenburgischen Präsidenten Kadettenschule. Meine Müttersprache ist Russisch. Deutsch ist meine Fremdsprache. Schön. Dankeschön, lieber Grün. Und jetzt kommt was Besonderes vor. Ich heiße Wamm. Ich bin 14 Jahre alt. Mein Hobby ist malen. Ich interessiere mich für Musik. Dankeschön, Wamm. Hahaha, hallo. Ich bin der beste Freund der Kadetten meiner Lehrerin LK Leuchlein. Ich bringe nur gute Laune und bin selbst immer lustig. Ich komme aus Lachenland. Das ist weit von Orenburg. Ich reise gern und will alle meine neue Freunde besuchen. Hahaha, ich habe viel gelacht. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin ein guter Spezialist beim Reparieren. Das macht mir Spaß. Das ist mein Hobby. Ich bin der Russe und lerne Deutsch bei LK. Ich bin freundlich und bin selbst ein guter Freund. Super. Wenn bei LK was kaputt ist, dann repariere bitte, mein lieber Bin. Okay? Ich heiße Naruto. Ich bin 12 Jahre alt. Ich komme aus Tokio, aber lerne in Orenburg in Präsidenten Kadettenschule. LK unterrichtet Deutsch bei mir. Deutsch ist meine zweite Fremdsprache. Russisch ist schon meine Muttersprache. Und Japanisch habe ich schon vergessen. Bis bald. Oi, oi, oi. Hast du vergessen dein Japanisch? Ich heiße Kadett. LK ist meine Deutschlehrerin. Ich bin 13 Jahre alt. Meine Hobbys sind Gymnastik und Fußball. Ich lehre in Orenburg in Präsidenten Kadettenschule. Ich bin lustig, fleischig, sportlich. Ich will neue Freunde suchen. Gut, dann finden wir neue Freunde für dich. Danke. Das waren tolle Visitenkarten von Orenburg Gymnasium von 16 Kadetten.